Hallo liebe Freundinnen und Freunde der elektronischen Musik, Björn Thorwellen hier aus den SIGN Studios und in diesem Video geht es um das Live-Spielen mit Ableton Live, also seine eigenen Tracks auf die Bühne bringen oder auch mit Ableton Live aufzulegen. Und dazu habe ich einen riesengroßen Kurs aufgenommen, den gibt es ab sofort auf SIGN.de, aber ich möchte euch jetzt hier in diesem Video schon mal einige wichtige Faktoren nennen, auf die ihr achten müsst, wenn ihr mit Ableton Live spielt. So leichter mein Setup ins Handgepäck zu verstauen ist, umso weniger Sorgen muss ich mir zum Beispiel machen, wenn ich mit meinem Set mal irgendwo hinfliege. Aber auch das Reisen mit der Bahn oder mit dem Auto ist natürlich deutlich einfacher, wenn ich nicht gleich sieben Peli-Cases voll mit Gear mit mir rumschleppe. Dazu kommt dann auch direkt der zweite Punkt, denn viele DJ-Boosts, DJ-Kanzeln haben überhaupt keinen Platz für so ein Live-Act. Da stehen ja meistens schon vier CDJs und wo dann noch Sachen hinstellen. Ich sage mal, wenn so ein Setup breiter wie einen Meter wird, ist es schon wirklich schwierig, das in vielen Clubs unterzubekommen. Also ist nicht nur der Platz im Koffer, sondern auch der Platz im DJ-Boost wichtig. Der nächste Punkt ist die Bedienbarkeit. Umso mehr Geräte ich dabei habe, umso mehr muss ich ja auch irgendwie bedienen. Und ich habe schon Live-Acts gesehen, die haben wirklich richtig viel aufgebaut, um dann einmal in anderthalb Stunden an irgendeinem Sub-37 einen Filter hochzudrehen. Das führt einmal dazu, dass man viel zu lange damit beschäftigt ist, so ein Setup aufzubauen. Und es schleichen sich natürlich enorm viele Fehlerquellen ein. Denn umso mehr Geräte und Gear ich mitnehme und verkabeln muss, umso mehr Fehler passieren auch. Und das ist so ein Ding, dass wenn ihr ein richtig, richtig großes Setup macht, wo ihr auf jeden Fall immer einen eigenen Platz braucht, ihr müsst zwangsläufig einen Soundcheck machen. Ihr müsst euer Kram am besten, wenn der Club noch zu hat, anschließen. Ihr müsst hoffen, dass es dann nicht wieder abgebaut wird. Und sollte die Möglichkeit nicht bestehen, ja, dann seid ihr gezwungen, während der eine DJ noch spielt, auf der Bühne eueres Zeugs aufzubauen. Und in so einem superlauten Club, wo die Party am Toben ist, kann ich euch versprechen, aus meiner eigenen Erfahrung macht das überhaupt keinen Spaß. Deswegen, haltet euer Setup so klein und minimal wie möglich. Ja, wie kann man wirklich ein kleines Setup aufbauen? Tipp 1 von mir ist, arbeitet mit der Soundkarte im Clubmixer. Weil in der Regel steht da ein DJM 900 Nexus 2 oder ein A9 von Pioneer oder sogar ein Song 96. All diese Mixer haben ein Audiointerface. Und die sind sogar Class-compliant. Das heißt, ihr müsst im Prinzip nur euer Laptop mit Ableton an den Sound 96 anschließen und habt direkt alle Kanäle in Ableton wie bei einer normalen Soundkarte, bei einem normalen Interface zur Verfügung. Das bedeutet schon, ihr habt weniger Gepäck. Ihr braucht kein Interface mitnehmen. Ihr braucht die Kabel nicht mitnehmen. Und die meisten Interfaces haben ja noch ein Netzteil. Und es ist natürlich viel einfacher, mal eben ein USB-Kabel an so einen Mixer anzuschließen, wie während des laufenden Betriebes, erstmal vier Cinch-Kabel hinten reinzustecken, falls ihr denn alle Mixerkanäle überhaupt braucht. Nächster Vorteil ist, wenn ihr mit einem Clubmixer spielt, habt ihr immer weniger Latenzprobleme. Weil Latenz ist natürlich so ein Riesenproblem. Und wenn ihr eure Audioquellen, also externes Gear, noch durch Ableton schleift, macht es immer mehr Probleme, wie wenn ihr über einen Mixer summiert. So könnt ihr quasi Ableton auf den Mixer routen, ihr habt noch einen Drumcomputer dabei, meinetwegen den Electron Rhythm oder die TA8S oder den Electron Samples. Packt ihr mit auf einem Kanal und ihr habt eigentlich nur noch ein bisschen die Midi-Glock anzupassen und alles läuft in Sink. Solche Sachen lernt ihr übrigens alle in meinem Ultimate Live-Act-Guide, der wie gesagt ab heute auf SIGN.de verfügbar ist. Ja und jetzt habe ich schon gesagt, dass es wichtig ist, dass ein Setup minimal aufgebaut ist. Und wenn ihr zum Beispiel erstmal nur in Ableton Live spielen wollt und Ableton bietet da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, ohne dass ihr auf externe Gear zugreifen müsst, gebe ich euch ein bzw. zwei wichtige Tipps. Tipp Nummer 1 ist, eure Effekt-Settings, baut die erstmal klein auf. Umso größer und komplexer diese Effekt-Ketten und Mappings werden, umso schwieriger ist es das am Anfang zu bedienen. Lasst euer Setup wachsen. Schaut, dass ihr erstmal super, super wenig macht. Kommt damit klar, dass ihr wirklich ganz genau wisst, an dem Knopf Drehen passiert das und baut es sukzessive auf. Mal ein Beispiel. Vor mir habt ihr eine Version meines DJ-Setups. Ich habe hier drei Decks und hier sind A, B und C. Und ich habe genau diesen Controller, mit dem ich alles steuere. Natürlich könnte ich mir jetzt hier ganz viele unterschiedliche Effekt-Settings bauen und jeden Effekt noch, man hat ja hier wirklich die Möglichkeit, alles irgendwie zu steuern, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass ich auf allen drei Decks immer den gleichen Effekt habe. Hört mal zu, was passiert, wenn ich jetzt diesen Track starte und die drei Effekte nutze. Ich habe einmal hier einen Washer, einen Delay und noch einen Redux. Und diesen Effekt habe ich auf allen drei Kanälen ganz genau so. Das hat einfach den Vorteil, dass ich mir so einen Controller super einfach mappen kann und ich weiß, die oberste Reihe Deck 1, die oberste Reihe Deck 2, die oberste Reihe Deck 3. Jetzt habe ich hier drei Parameter draufgelegt, also den Washout, den Delay und den Redux. Und hier hinten drehe ich einfach nur die Sense auf und ich habe hier verschiedene Sense. Ich habe einmal den und noch den. Mehr habe ich hier erstmal nicht. Und damit zu spielen auf einem Mixer hat man erstmal ziemlich viel zu tun. Am Mixer habe ich auch noch Filter, ich habe das EQing. Das heißt, bis ich mit dem Setup so vertraut bin, dass ich immer ganz genau weiß, wie reagieren die Effekte im Club und ich Sicherheit habe, vergeht eine Zeit. Und wenn diese Zeit vergangen ist und ich das Gefühl habe, jetzt bin ich safe, baue ich mein Setup weiter auf. Baue zum Beispiel eine eigene Drumspur mit eigenen Hi-Hats und Rites, die ich dazu mischen kann. Baue mir vielleicht noch einen zusätzlichen Send-Effekt. Und so baut man sich dein Setup sukzessive auf. Irgendwann kommt dann vielleicht noch ein kleines Modular-System dazu. Aber immer erst kleine Schritte, vertraut werden, weiter ausbauen. Das ist ein Fehler, den ich häufig gemacht habe und häufig gesehen habe, dass man so ein Setup komplett verkopft, alles mögliche plant in der Theorie, alles mögliche anbaut und denkt, das habe ich auch noch und dann habe ich das und damit kann ich das machen. Aber in der Praxis, das dann auf der Stage umzusetzen, ist dann halt nochmal ein ganz anderes Ding. Und deswegen ist mein Tipp, baut es erstmal minimal auf. Das nächste Ding ist, wenn ihr eure eigenen Tracks spielen wollt, dann rendert diese als Stamps raus. Es ist eine Illusion, dass Live-Acts alles in MIDI haben. Manchmal haben meine Tracks Synth-Layers, die aus sechs, sieben verschiedenen Synths bestehen. Auch Kick und Bass sind manchmal fünf, sechs Spuren, ganze Hi-Hat- und Ride-Gruppen, sodass ein Track manchmal gerne 50 oder 60 Spuren hat. Das hinterher live zu kontrollieren, ist im Prinzip unmöglich. Und deshalb geht es darum, sich Stamps herauszurendern, die immer eine ganze Gruppe von Instrumenten beinhalten. Ich habe hier zum Beispiel, das habe ich extra für den Ultimate Live-Act-Guide gemacht, mal solche Stamps für einen Track rausgerendert. Da habe ich dann zum Beispiel hier Kick und Bass. Das sind ganz normale Audios. Die Drums. Den Lied. Und so habe ich im Prinzip alle logischen Gruppen, und da muss man natürlich in seinen eigenen Tracks, in seiner eigenen Musik ganz genau überlegen, wie man die Sachen aufbaut, rausgerendert und in diese Session gepackt. Ein wichtiger nächster Punkt und Tipp, den ich euch geben kann, ist die Flexibilität. Weil es kann immer mal sein, dass ein bestimmtes Stück Gear ausfällt. Und natürlich, wenn euer Laptop ausfällt, ist es immer eine Katastrophe, aber man sollte immer einen Backup haben. Zum Beispiel auf einem CDJ einen Stick reinstecken mit einem Track, dass wenn irgendwas ausfällt, muss ich nur schnell den Track starten und es läuft erstmal zehn Minuten irgendeinen Track, dass ich mein Problem fixen kann. Wenn ihr mit einem Synth spielt, dann würde ich niemals alles, was thematisch ist, über diesen Synth laufen. Sollte der Synth ausfallen, sollte kein Platz sein für den Synth, ihr doch mit einem Minimal-Setup arbeiten, dann solltet ihr immer auch eine alternative Möglichkeit haben. Wenn euer Set jetzt für einen Xon 96 komplett konzipiert ist und ihr die Returns unbedingt braucht, dann aber plötzlich nur ein DJM 900 im Club ist, dann solltet ihr auch in der Lage sein, die gleiche Performance auf dem DJM 900 zu fahren. Also haltet euer Setup immer möglichst flexibel, damit ihr eventuelle Gegebenheiten immer umschiffen könnt. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Live-Set, würde es mich sehr freuen, wenn ihr die einfach in eure Kommentare droppt. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt für andere, die live spielen, haut es auch in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord-Server, da sind mittlerweile 3000 Producer und Producerinnen, die den ganzen Tag über nichts anderes sprechen, wie über Smucke machen und über das Live-Spielen. Kommt auf jeden Fall vorbei, checkt es einfach mal aus und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da, drückt auf Abo und die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es auf diesem Kanal ein neues Video gibt. Mein Name ist Björn Torwellen, viel Spaß beim Live-Spielen, bis bald, ciao. Bis zum nächsten Mal.